Ich habe mir vorhin extra gemerkt, das ist der Dirk, weil ich kannte uns ja noch nicht. Das ist der Carsten. Und ich habe jetzt gedacht, mein Gott, jetzt sehen die ja plötzlich ähnlich aus. Dirk, weshalb wusste ich das? Aha. Ja. Darum wusste ich, das ist Dirk. Gar keine Frage. Dirk, jetzt wollte ich mal wissen, wo seid ihr zu sehen? Ja, wir sind im Rolf-Hoppe-Theater in Dresden zu sehen. Dort haben wir das inszeniert rausgebracht vor einem Jahr. Ein ganzes Herricht und Preil-Programm. Wie seid ihr auf Herricht und Preil überhaupt gekommen? Ehrlich gesagt, ich habe Herricht und Preil immer schon geliebt. Du ja auch. Und auf der Schauspielschule durfte das man natürlich nicht sagen. Da war das natürlich nicht so. Und später, jetzt, wo wir älter sind, sag mal, jetzt machen wir das, was wir tun. Älter seid. Oh, ein bisschen tun. Fokussiert da schon wieder hier. Nee, und jetzt wollen wir das machen, was uns Spaß macht. Also ihr wirkt unheimlich gut miteinander sozusagen. Seid ihr auch privat gut verbandelt? Oder ist das nur eine berufliche Liaison? Nö, wir verstehen uns. Versteht gut. Ja, sehr, sehr gut. Also geht auch gleich mal, stell dir nach der Sendung einen schabulieren. Du kommst ja mit heute. Auf jeden Fall. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dirk Neumann und Carsten Linke. Dankeschön an euch beide. Applaus Vielen Dank.